Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort. Für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einüde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindungen zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Passion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Das zerreißt mir das Herz. Das Ende der Welt feiert man am besten mit einem rauschenden Fest. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Hoffen wir, dass wir auch so viel Glück haben. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Immerhin hatten sie einander. Sie hatte klasse. Ja. 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 Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir. Wir sind sowas von am Arsch. Verdammt doch mal, Killian. Hättest ruhig noch warten können. Hätt ich fast. Wollt aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal, hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020